Hallo, mein Name ist Exxon. Ich bin Pascal. Ich bin Sebastian. Ich bin Polymechaniker im vierten Lehrjahr und mache die Lehre in der Schilling AG in Wilten. In der Schilling AG gefällt mir, dass man sehr selbstständig arbeiten kann und somit gut vorbereitet ist für späteren Berufsleben. Wir machen hier Schweisskonstruktionen, Baugruppen, Standard- und Präzisionsteile wie auch Einzel- und Kleiserien. Zu unserer Baugruppe habe ich ein Plättchen gefertigt, das viermal eine 45 Grad Schräge dran hat, damit man es besser montieren kann. Danach habe ich eine Bohrung gemacht, damit man es anschrauben kann. An einem Kleinbetrieb wie der Schilling AG gefällt mir, dass Kommunikationswege sehr kurz sind. Des Weiteren schätze ich, dass man ausserhalb der Arbeitszeit für sein Hobby selber Teile herstellen kann. Ich hoffe, wir haben dieses Interesse wecken und würden uns sehr über die Bewerbung von dir freuen.